Moin Moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit Destiny 2 DLC, Fluch des Osiris. Wir machen weiter mit der zweiten Mission. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch danke an alle, die die erste Folge bewertet haben. Und ja, wenn euch auch heute die zweite Mission hier gefallen sollte, das Video, dann könnt ihr am Ende gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze gefällt natürlich. So, Fluch des Osiris, schließe die Mission Tödliche Prüfung in der ETZ ab. Da starten wir doch gleich sofort rein mit dem Titan. Ja, haben wir sie. Dort ist die Tödliche Prüfung. Markieren wir die und landen dann natürlich gleich in den Trostlanden in der Nähe der Kirche. So, gib Gas, Schiff. So, Level Up hatte ich noch nicht, bin immer noch Level 20. Das ändert sich aber bald, weil ich habe hier noch ein paar Waffen da, die ich gerne benutzen würde, wie hier. Er fordert Level 21 und auch hier ein Automatikgewehr erfordert Level 21. Das würde ich dann doch gerne mal austauschen. Warum leuchtet die Hand bei meinem Titan? Jetzt nicht mehr. Eben hat die Hand geleuchtet. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist es wieder aus. Ich habe es ganz genau gesehen. Wolltest du einen auf Warlock machen, ne? Mit Leuchterhand. Nee, nee, nee. Vor allen Dingen, das waren Solarleuchten. Wobei ich doch mit dem sowieso den leeren Fokus gerade benutze. So, da sind wir angekommen. In der ETZ. Wir müssen einen Tempel finden. Schließe die Mission. Ja, das habe ich ja gerade gelesen. Was stand noch mal bei der Mission dran? Das habe ich noch gar nicht angeschaut. Hier. Tödliche Prüfung. Bruder Vance sagt, es gebe einen Tempel von Osiris in der ETZ, in dem man Sagira wiederbeleben kann. Der gute, der gute Geist von Osiris muss wiederbelebt werden. Ich hatte hier gerade ein Event. Habe ich jetzt leider gar keine Zeit für. So, geht natürlich hier in einen Bereich rein, den wir schon mal gesehen haben. Kennt man ja von Destiny. Dass sie nicht so viele neue Sachen bauen, nicht so viele neue Bereiche bauen, sondern einfach nur die Bereiche nehmen, die sie haben. Und dich da einfach noch mal ein viertes Mal durchschicken. Mit ein paar anderen Gegnern und ein paar anderen Texten. So, ich werde erstmal mal in eine Zone geladen, damit ich hier meinen eigenen Bereich habe. Mich hier keiner stört in der Story-Mission. Ein Tempel des Osiris auf der Erde in der ETZ. Und keiner wusste natürlich davon. Die Vorhut natürlich nicht. Alles versteckt. Die Koordinaten, die Bruder Vance uns gab, liegen jenseits des Dorfs. Hawthorns Kundschafter haben das Gebiet während der Roten Schlacht untersucht. Hier gibt es keinen Tempel. Nur einen alten Funkturm. Hab Vertrauen, Ikora. Genau, hab Vertrauen, Ikora. Sie sagt sofort, es gibt keinen Tempel. Wir haben untersucht. Er hat nicht genau genug, äh, also gründlich genug geschaut. Ganz einfach. So, die guten alten Gefallenen hier. Hey! Wie kann ich den Kopf nicht treffen? Wo ist mein Aiming heute wieder? Für die Kratz. Ich nehme mal hier so ein Moskite von euch mit, ne? Ihr braucht hier sowieso nicht mehr. Sind die Anhänger denn genauso leidenschaftlich wie Bruder Vance? Du meinst wohl fanatisch? Ja. Sie befolgen Osiris Anschauung. Sie kannten diesen Mann nicht so gut wie ich. Doch sie sind unsere beste Chance, Sagira wiederzubelegen. Aha. Alles Fanatiker. Die Dinger ballern noch hier ganz gut rein, hier. Ein guter Moskito, so ein blaues Item. Hast du es auch oben? Hebe das doch auf. Das liegt da in so einer scheiß Erdspalte drin. Jetzt habe ich es. Ein Titanlappenumhang. Habt ihr hier die dicken Wummen rausgeholt, ey? Und trifft trotzdem nicht damit. Oha, versteckt sich nicht dahinter. Zu dicht. Hier stehen so viele Moskitos rum, dass man da auch ständig einen neuen nehmen könnte. Wäre der mal so ein bisschen angeknatscht worden. Ein Panzer! Ein Läufer da oben. Oh mein Gott. Man spürt natürlich sehr, sehr stark die Wechsbedrohung, wenn du die ganze Zeit wieder Gefallene klatschen musst. Ah, erstmal die wegmachen hier mit der dicken, dicken Raketenwaffe. Alter, wo der wieder rumrennt hier. So, jetzt gehen wir auf den Panzer. Ausweichen. So. Der ist auch fix weggeschossen hier mit dem Moskito. Man sieht, wie viel Schaden das Ding macht. Seine Klappe geht auf. Und hier treffe ich aber besser von der Seite. Kann aber Dauer vorgegeben. Wird nicht heiß. Oh, neues Landeschiff. Guck mal, wie lange der down ist. Oh, 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 oh. Okay. Wir haben noch von der Seite noch angeschossen. Lass das mal. Oh, guck mal, wie der Panzer sich bewegt. Er läuft. Er heißt der Läufer, aber wir haben in Destiny bisher noch nie gesehen, dass die Dinger wirklich laufen können. Sonst fallen die immer nur von oben runter und stehen auf der Stelle und drehen sich immer so ein bisschen von links nach rechts. Aber der hier, der läuft wirklich von da nach da und macht seinen Namen aller Ehre. Er ist ein Läufer. Da dachte man schon, dass die Beine, die sie haben, einfach nur da sind, um zu stehen. Nein, die können wirklich laufen. Erstaunlich. Und dann geht er down. Jetzt läuft er nirgends von mir hin. Mein Moskito brennt ein wenig. Gibt es hier noch irgendwo neue? Und nicht müssen wir einfach hier hinter ihn weiter. Ich würde ungern mit denen tauschen, die hier draußen leben. Aha. Osiris würde das als Prüfung bezeichnen. Wenn seine Anhänger hier nicht überleben können, dann waren sie es sowieso nicht wert. Na denn. Die Prüfung des Osiris mal wieder. Da haben wir einen neuen. Einen neuen Moskito. Die nehme ich gleich mal mit. Wobei, das ist ein anderes Modell, oder? Ich glaube, der schießt nicht so gut. Ja, ja. Egal. Ich fand die Bewaffnung von dem Ersten einfach viel besser. Aber für das Fußvolk hier reicht das aber noch. Wie können die Schüsse dann daneben gehen? Schiebung. Aber der chillt, der chillt. Ich halte auch gar nicht so viel aus mit dem Ding. Der brennt jetzt schon weg. Ich nehme den mit. Aber das ist auch wieder so ein Modell. Minen! Ähm. Wo sind denn die Minen? Ah, da. Aha. So. Wir sind durch den Tunnel. Wie bei Daylight. Nur, dass da hier nicht überflutet ist. Gut, dass ihr ja immer nur einen Weg, äh, vermint habt und den anderen freilasst. Das ist ja gar nicht, gar nicht clever. Boah. Doch, was ist das? Hehe. So, aber wo soll sich hier bitte ein Tempel des Usiris befinden? Und wie sieht der dann bitte aus? Das ist auch wieder nur so ein Kack, Kack, äh, Fahrzeug hier. Und da ist die Sendezentrale. Also der, die Antenne. Der Sendeturm. Wo eigentlich der Tempel sein soll. Es ist wirklich nur ein Funkturm. Und die Gefallenen waren zuerst hier. Das hat man davon, wenn man an Usiris glaubt. Da ist natürlich die Frage, warum hat die gute Ikora so den Glauben an Usiris verloren? Denn immerhin war ihr, war er ihr großer Mentor und hat sie zu der Warlock-Dame ausgebildet, die sie heute ist. Von ihnen hat sie alles gelernt. Und jetzt, ja, hat sie den Glauben an ihn verloren und denkt alles nur, ja, wenn man ihm folgt, dann wird man, dann wird man zugrunde gehen. Genau wie er selbst auch. Schon interessant. Boah. Weg, ja. Lebenspunkte aufladen. Ein Servitor weniger. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall nach oben. Hey, komm ab. Ein paar Fäuste verteilen. Wollt ihr dich von hinten jetzt ranschleichen, oder? So. Er ist das Stockwerk gesäubert. Sonst gibt es hier eigentlich nichts Neues, großartiges zu sehen. Da haben wir noch eine Stadtteil. Aber E-TZ-Hintergrund kennen wir ja. Es fällt ganz schön, ganz schön viele schwere Munition. Die wuseln hier aber auch immer rum, ey. Aber ich habe einen Revolver. Können wir gar nichts. Oh, da ist ein Chef. Ich glaube, da war ein Chef. So. Und das geht hier runter jetzt. In den Funkturm hinein. Nach unten. So. Der Gehengtenpass. Da vorne sehen wir schon Kerzen. Und noch mehr getarnte, gefallene. Weg mit euch. Gefallenen Abschaum. Die Anhänger. Wir sind zu spät. Und das ist der Tempel des Usiris hier in der E-TZ. Einfach nur ein paar Lappen aufgehangen. Hier so ein bisschen Feuerschalen hingepackt. Und schon ist es ein Tempel. Aber die Gefallenen haben hier leider alle abgeschlachtet. Es ist niemand mehr übrig. Da erfahren wir es jetzt von dem Tempel hier. kommen hier an das erste Mal. Und dann sehen wir schon dass hier die Gefallenen vielleicht gibt es hier ja noch etwas mit dem wir Sagira helfen können. Dass die Gefallenen halt zuerst hier waren. Aber hier sehen wir ein Block ein Wechsblock Wechstechnologie womit die hier Experimente gemacht haben. Und der Geist der passt da wunderschön hier rein ins Auge. Dann wissen wir also hier dass das Auge das an sich das Usiris Zeichen und das Auge in der Mitte war immer für seinen Geist gedacht. Hülle von Usiris Geist platzieren. Packen wir die gute Sagira mal da rein. Lass mich das mal näher anschauen. Das ist stark modifizierte Wextech. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will mal was versuchen. Warte. Es passiert etwas. Was? Geht da vor sich. Neue Hülle. Wer Du hast mich gerade ernsthaft in eine komische Maschine gesteckt die du noch nie gesehen hast? Wer macht denn sowas? Sagira. Ikora. Wunderbar. Bin froh dass es dich noch gibt. Wir müssen los. Sofort. Usiris steckt ganz schön in der Klemme. Wie immer. Und ich muss... Warte. Wo sind wir? Wer bist du? Egal. Wir müssen zu Merkur. Und keine Sorge wegen deinem Geist. Wir teilen gerade. Er kommt zurück. Vielleicht will ich meinen Geist gar nicht zurück. Ich mag dich mehr. Habe ich ja schon mal gesagt. Ja, Sagira ist mit dem Geist mit unserem Geist verschmolzen in einer Hülle. Die teilen sich das jetzt. Und jetzt geht es auch schon wieder zurück zum Merkur. Da läuft schon wieder die Zeit ab. Sehr, sehr kurze Mission heute. Kann man nichts machen, ne? Da kann man nichts machen. Aber dafür kommen ja auch noch mehrere Videos hier am Tag bei mir auf dem Kanal. Also da solltet ihr nicht... Solltet ihr euch nicht Sorgen machen, dass ihr nichts mehr zu schauen habt. Aber ich habe ja gesagt immer, eine Mission pro Folge, das passt einfach immer besser. Dann kann ich die auch vom Namen her so behalten. Schauen wir mal, ob wir hier noch was verbessern können. Von den blauen Sachen, die ich gekriegt habe. Leider nicht. 296. 303 habe ich da. Kann man auch leider nicht infundieren. Der Helm könnte vielleicht ein interessantes Ding sein. Ja, den Helm kann ich verbessern hier. So, jetzt ist der Helm auf 2,99. Wahnsinn, ein Punkt. So, und da sind wir wieder am Leuchtturm. Neues Ziel. Betritt den Immerforst. Den haben wir da oben. Immerfort am gleichen Ort. So heißt das Ding. Da gehen wir aber natürlich in der nächsten Folge rein, würde ich sagen. Osiris hat etwas im Immerforst gesehen und das hat ihm Angst eingejagt. Nichts jagt ihm Angst ein. Wir müssen ihn finden. Osiris könnte überall sein. Mit den falschen Koordinaten werdet ihr da nie rauskommen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Osiris ist da drin, um uns vor den Wechs zu beschützen. Er braucht uns. Er braucht mich. Und wir werden ihn finden. Ja, ob wir ihn wirklich finden werden, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Und wenn euch die Folge gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann schaltet ihr in der nächsten Folge ein, wenn es weitergeht, mit Fluch des Osiris hier von Destiny 2. Dankeschön und bis dann. Ciao, ciao.